Musik 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 Wir sind angetreten um unsere Schuld einzulösen und als nächster nominieren wir die Freiwillige Feuerwehr Weisling bei Eichstätt, Freiwillige Feuerwehr Schlossberg und die Freiwillige Feuerwehr Braunfeld Und wenn die ihre Schuld innerhalb von einer Woche nicht einlösen, dann bekommen wir von denen 50 Liter Bier und eine Brotzeit für die Feuerwehr Weisling. so machen wir mit den Das war so richtig warm. Das war so richtig warm. Das war so richtig warm. Das war so richtig warm.